Hm, oh, komm, dann kann ich eben los sein. Hoi, Ameisenmann. Was machst du da? Ich versuche, die Fondue-Saison vorauszusagen. Hast du ein bisschen mehr Glück? Und du? Rockli? Ganz ruhig. Es wird sicher eine gute Saison. Los, mehr Nacht. Ein bisschen stinken muss es. Ja! Hallo! Gott für mich und dich.